Jetzt geht es erst einmal zur Vermessung vom unteren Teil. Und das ist eigentlich ganz einfach. Ich habe es jetzt schon bei D3 gemacht, bei dem muss es jetzt noch. D zieht man nach Drehmoment an. Und dann hat man natürlich so ein wunderschönes, teures Gerät, was ich hier übrigens nicht besitze. Ich würde es gerne besitzen, aber ich habe es nicht. Und es ist eigentlich relativ einfach. Man steckt ihn rein. Zack. Schaut. Okay. Das Ergebnis haben wir. Geht um mit einem Specksheet. Beziehungsweise ich habe jetzt schon alle vier aufgeschrieben. Und also ich habe das jetzt schon alles gemacht für den Zylinder, für die Kolbenbreite oben. und für die Bläulager und noch für ein paar andere Sachen. Aber zu dem kommen wir gleich. Und ganz einfach ist, man sucht sich das kleinste Maße raus und das kleinste Maße und gleicht das ab, ob das in der Toleranz ist. Und wenn ihr es dann selber macht, schaut, dass sie nach die richtigen Newtonmeter angezogen sein. Das ist ganz wichtig. Ansonsten kann man eigentlich nichts für falsch machen. Vor allem wenn man ein Dreipunkt-Innenmessgerät hat, das ist das Feinste. Übrigens, nur zur Information, gell. Wenn ihr euch selber privat zulegen wollt, vergesst es. Die, das seien knapp 1000 Euro. Die müssen euch geeicht sein. Also wenn es geht, fragt es einen Mechaniker, fragt einen Maschinisten, ob es diese ausleicht oder ob sie für irgendwer vermessen können. Generell, wenn ihr nicht so viel Ahnung habt, zerlegst das Zeug gleich, lasst das alles zu denen schicken. Sie sollen alles vermessen, sollen alles überarbeiten, was sie überarbeiten lassen muss. Und dann baut ihr es erst wieder zusammen. Es ist glückster. Wenn ihr das jetzt selber machen wollt. Aber es hat in dem Fall einfach alles gepasst. Das heißt, den kann man weiterverwenden. Kann man, wir wissen es jetzt noch nicht, weil das das P28 Kolben sein und die P29 Hochkompressionskolben sind. Wenn wir die nämlich austauschen, weil die Bräule kann man genau gleich verwenden, dann hätten wir eine Leistungssteigerung von knapp 50 PS. Was natürlich geil wäre. Für natürlich beatmeten Motor, ja. Allerdings muss man dann wieder schauen, weil beim Motorswap erstmal nur 40% mehr Leistung zum Original. Und dann halt bei 90 PS wird es dann halt schon wieder kritisch. Das heißt, das muss man dann natürlich mit dem TÜV absprechen. Weil der Motor ja schon mal in so einem Auto drinnen war. Das heißt, es könnte wieder möglich sein. Ich rede jetzt das immer voll mit dem TÜV ab, bevor es irgendwelche Umbauten macht. Weil ansonsten habt ihr es auch umgebaut, für euch passt das und dann sagen es denen auch geht nicht. Ja und das wäre natürlich scheiße, vor allem weil es viel Arbeit und viel Geld ist. Ja. Und wir werden da jetzt auch noch schauen. Und ja. Aber jetzt, zum sagen wir euch noch, wie man die Hauptlagergasse misst. Beziehungsweise, das ganz wichtige ist die vorher zu messen. Ich hab die jetzt schon vermessen. Ich zeig's euch nicht. Das nimmt man mit einer ganzen normalen Bügelmessschraube. Setzt sie an, misst die Ergebnisse. Bei einer Bügelmessschraube muss man mehr messen, weil man nur zwei Punkte hat. Ist eh klar. Und dann schauen, welche Ergebnisse man bekommt. Und man entwickelt ein Feingefühl für das. Also das ist etwas, das geht nicht. Von Arm auf die andere Messung. Sondern da muss man mehrmals nachmessen und ausprobieren. Wie sitzt sie richtig. Grad halten. Grad auf der Welle oben sein. Und dann kriegt man die richtigen Ergebnisse. Und jetzt machen wir noch die Hauptlagergasse. Und das zeig ich eigentlich jetzt. So und jetzt sagen wir mal bei dem Punkt Hauptlagergasse anziehen. Ich mach jetzt grad die erste Wiederholungen. Beim D16 Z6 Motor seien's nämlich nicht einmal alles unter einmal anziehen, sondern unter zweimal. Der Unterschied ist einfach der. Ich mein, das haben wir jetzt nicht. Wir machen es aber trotzdem richtig. Wenn die Kurbelwelle reinlegt, dass die Kurbelwelle nicht verbiegt und nicht bricht. Deswegen zieht man es von innen nach außen immer an. Und ich zeig's euch jetzt im zweiten Step. Weil das ist der wichtigere Step. Wie es richtig gemacht wird. Passt schon. So und jetzt ganz wichtig. Jetzt sagen wir beim zweiten Mal anziehen. Und wichtig ist, mittig anfangen nach außen hin arbeiten. Das heißt nicht. Da, 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 da. Sondern wir fangen jetzt. Wir ziehen jetzt da an. Dann da drüben. Dann da. Dann da. Dann da. Dann da. 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 Wie gesagt, jetzt ist es nicht so schlimm. Weil wir haben keine Kurbelwelle rein. Das heißt nichts, was eigentlich brechen kann. Die Kurbelwelle ist sehr empfindlich. Klappt noch zwei gar nicht, weil sie so fett ist. Aber. Passt. So zieht man es dann einfach alles an. Und dann sind wir auch bereit zu messen. Die Kurbelwelle ist sehr gut. Bis zum nächsten Mal. Wie gesagt. Die Kurbelwelle ist sehr gut. Hier ist die Kurbelwelle. Die Kurbelwelle ist sehr gut. So Leute, wir sind jetzt an dem Punkt, wo es ums Eiererste geht, beziehungsweise eigentlich nicht. Nur, ich erkläre euch jetzt mal generell das Mess mit einem Innenmesspunkt, 3-Punkt-Schraube. Genau. Es geht ganz einfach um das. Man kann tatsächlich nicht viel falsch machen. Man muss schauen, dass er erst einmal kalibriert ist. Kalibrieren. Haben wir da einen wunderschönen Ring. Wenn ihr das nicht habt, wenn ihr das Werkzeug nicht habt, ist klar, dass ihr es nicht machen könnt. Ich sage es gleich, wenn ihr es habt, nutzt es. Rein theoretisch, wenn man es jetzt ganz fachlich und ganz genau messen muss, dann muss man alles bei einer Raumtemperatur von 20 Grad oder anderen Temperaturen auf die Messprüftemperatur an. Bei einem klimatisierten Raum, der was genau 20 Grad hat, alles 24 Stunden bis 48 Stunden liegen haben. Und dann darf man es erst messen. Messwerkzeug sowie Prüfring sowie Block. Das macht wahrscheinlich kaum Menschen in der Praxis. Das machen große Firmen, das machen Automobilbauer und das machen Flugzeugbauer, aber nicht mehr. Also. Die Frage ist halt, ob du zum Motorbauer gehst, ob der die Zeit hat. Die meisten Motorbauer machen es auch nicht. Ja. Wenn man ganz ehrlich, das machen nur Hersteller. Die passt eh wirklich produzieren, weil die müssen ja im Block auf alles prüfen. Und das geht am besten mit der richtigen Temperatur. So. So. Um das jetzt zu messen. Wir haben ihn schon kalibriert. Er passt. Geht mir jetzt einfach her. Ich nehme jetzt die erste Bohrung, weil es die einfachste ist. Die hinteren sind ein bisschen. Ja. Geht her. Ich glaube man kann es auch selber denken. Das Gute ist, bei so einem ist immer ganz wichtig und ganz fein. Du kannst zwar nicht messen, ob die Bohrung außerrund ist oder nicht. Aber dafür kannst du in genauen Abstand messen, in jeder Position und der passt immer. Wenn ich jetzt ein 2-Punkt-Messgerät nehme, kann ich so verdrücken, so verdrücken. Also bin ich mit dem, wenn es um reinen Durchmesser geht, auf der sicheren Seite. Wenn es um Außerrundheit geht, habe ich mit dem verloren, weil wenn einer nicht anliegt, können die anderen 2 nur so gut anliegen, dann bringt es nichts. Allerdings, das werden sich sicher viele fragen, warum 3-Punkt und nicht 4-Punkt? Ein Stuhl macht man auch auf 4-Beinen, oder? Wenn es ums Messen geht, ist das 3-Punkt immer das genaueste. Das ist bei fast allem so. Zum Beispiel Stapler haben die meisten drei Radeln, weil sie den Gewichtspunkt genau mittig haben. Und da eben 3 besser als 4. Und du kannst dich weniger vermessen. Genau wie bei der Drehbank, 3-Pack-Computer, bla bla bla. Ich will euch jetzt nicht weiter nerven. Wenn es jetzt, da weiter reinfahren ist, im Block. Ganz einfach ein Tipp. Fährt es durch, hebt es mit einer Hand, messt es genau nochmal. Ganz hinten wird es ein bisschen problematisch. Vielleicht habt ihr einen besseren Motorhalter, dass ihr von da auch nochmal zukommt. Oder wenn ihr beim richtigen Prüflopor seid. Dann habt ihr solche auch in wesentlich länger. Haben wir jetzt alles nicht. Wir haben alles nachgemessen. Die Ablagergasse ist soweit in Ordnung. In Ordnung heißt, sie muss nicht nachgearbeitet werden. Aber rein vom Servicetechnischen ist sie in Ordnung. Vom Produktionstechnischen her, wird ihr außerhalb vom Maß. Das heißt, wenn der Block jetzt so nagelneu auserkannt würde, könnten wir den Block nachrollen oder wegschmeißen. Was anderes gibt es nicht. Das heißt, wir haben nach maximal ein Spiel von 0,009 Millimeter. Warum muss das Ganze alles so genau sein? Weil, kommen wir kurz her. Wir sehen da, die ganzen Specs. Ich weiß jetzt nicht, ob es alles sauber aufgenommen wird. Aber wir sehen zum Beispiel in Bohrungsdurchmesser 75.00 bis 75.02. Das ist, was ein Motorblock neu haben darf. Wir dürfen haben 75.07. Dann muss er erst nachgearbeitet werden. Das ist ganz wichtig. Weil wenn das jetzt noch die Standardwerte gibt, würde beim Motor wahrscheinlich gar nichts passen. Rein theoretisch ein paar Sachen passen euch gut. Was mich selber wundert. Aber bei solchen Sachen schaut ihr, dass ihr die richtigen Werte habt. Vom richtigen Fahrzeug, vom richtigen Motor. Und verlasst euch auch nicht immer auf Foren und Halbwissen. Ich sage es nur dazu. Weil ich habe es selber probiert und ich habe für das drei unterschiedliche Messergebnisse gefunden. Was sein sollten. Ja. Und sonst musst du halt schauen, ob es im Internet eins zum Downloaden oder zum Kaufen gibt. So ein Servicebuch. Beziehungsweise eigentlich ist es Servicewaltungsbuch, wenn man es genau nimmt. Ist das Beste, was du haben kannst. Ich sage es eigentlich noch. Ich empfehle es jedem. Aber jetzt haben wir genug vom Messen. Jetzt würde ich sagen, wir vermessen jetzt noch eine Kurbelwelle. Sagen wir euch dann, wie es jetzt weiter geht danach. Und dann sehen wir sie. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da. Abonnieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Peace out. Ciao. Ciao.